Ungarns Innenminister Kosma weilte auf Einladung von Reichsminister Dr. Frick in Berlin, um die Beziehungen Ungarns zu Deutschland zu vertiefen. Reichsminister Dr. Frick mit dem ungarischen Gast beim Eintopf. Exzellent, darf ich fragen, wie Ihnen der Eintopf geschmeckt hat? Es hat mir sehr gut geschmeckt. Ich habe sogar mit anderen Parzellern gegessen. Ich hätte noch gerne mehr gegessen, aber ich habe es nicht mehr können. Und ich glaube, Sie haben hier auch ein Bild unserer Volksgemeinschaft gewonnen. Wenn Sie hier den Platz übersehen, wo alles ohne Unterschied des Standes nebeneinander sitzt. Und hier alles beiträgt dazu, dass der Ertrag des Winterhilfswerks ein möglichst großer wird. So glaube ich, werden Sie einen richtigen Eindruck von dem neuen Deutschland gewonnen haben. Es wird jedenfalls in Putapester Kino erscheinen beim Eintopf.